2018 war für uns bei WAGO ein spannendes Jahr. Wir haben auf der Hannover Messe dieses Jahr unsere WAGO Reihenklemm Topshop S mit Hebel und Drücker vorgestellt. Das war für mich persönlich auch spannend. Ich durfte das vor einigen hundert Zuschauern machen und die neuen Produkte enthüllen. Nun einige Monate nach der Enthüllung sehen wir spannende Referenzen. Wir sehen, wie wir das Arbeiten unserer Kunden ein wenig einfacher machen können. Ich bin mir sicher, dass es auch nächstes Jahr viele tolle neue Referenzen gibt, viele Punkte, wo wir das Leben unserer Kunden ein wenig einfacher machen können. Das werden wir auch mit neuen Produkten tun und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein super Start in das Jahr 2019.